Es gibt Momente im Leben, da läuft es einfach nicht nach Plan. Das gilt im wahren Leben als auch an der Börse. Wie ich damit umgehe, das erfährst du in diesem Video. Hallo Freunde, hier ist wieder Kai-Joy-Geldkater. Wer mal erfahrt hier, wie ich ein sechsstelliges Depot mit einem einzigen ITF aufbauen könnte? Und was brauchst du dazu, um so ein Vermögen aufzubauen? Natürlich einen ordentlichen Plan. Doch jeder Plan ist dazu da, um irgendwann mal wieder umgeschmissen zu werden. Und das gilt natürlich auch für die Börse. So ein Finanzplan, den du am Anfang aufstellst, mag ganz gut in der Theorie funktionieren. Doch das Leben läuft nicht einfach linear. Genauso bin ich an der Börse. Und die Sparraten, die ich mir am Anfang vorgenommen habe, konnte ich natürlich, oder was heißt natürlich, konnte ich tatsächlich nicht einfach so durchziehen. Es kommen immer wieder neue, ja unvorhergesehene Dinge. Eine Sache ist natürlich nicht so unvorhergesehen. Ich habe einen kleinen Sohn und dieses Video sollte eigentlich schon längst online sein. Doch so ist es manchmal im Leben. Ich habe das Wochenende einfach mit meinen Kleinen und meiner Frau genossen und mit allen Menschen, die ich halt gerne zusammen bin. Und so kommt es dann noch manchmal, dass man nach der Arbeit, irgendwann am Feierabend, spät, wenn das Kind im Bett liegt, hoffentlich dann ruhig und lange schläft, dann auch wirklich zur Ruhe komme und Zeit für mich finde. Und so ein Plan, der manchmal auch so umgeschmissen werden muss, kann auch natürlich auch mit deinen Finanzen passieren. Ein Beispiel aus meiner Situation aktuell, ich hatte oder wir haben eine dicke Gasrechnung nachzuzahlen. Beim Grundversorger, wo wir ja verschiedene Streitigkeiten haben und es einfach dazu geführt hat, dass wir jetzt in den drei Monaten, Wintermonaten, einfach mal 1200 Euro nachzahlen müssen an Gas. Heftig. Ich sage es euch, zu Glück hast du oder haben wir einen Notgroschen und dafür ist er halt einfach da, damit du nicht irgendwie bippern musst und denkst so, ich stehe bald vor der Tür, weil ich das Ganze nicht bezahlen kann. Gerade für solche Situationen, bestes Beispiel einfach, hab einen Notgroschen, damit du da keine Kopfschmerzen haben musst. Zudem habe ich eine Steuernachzahlung, meistens kriegt man Geld zurück. In meinem Fall musste ich etwas nachzahlen und das tut natürlich auch weh, weil es eine mittlere dreistellige Summe ist. Und da wären wir beim nächsten Thema, der Sparplan, den ich mir natürlich aufgelegt habe, auch gerade, weil die Märkte so schön korrigiert haben, den musste ich auch wieder verwerfen. Denn die Sparrate zu erhöhen, wäre in der Situation natürlich das Beste, was passieren kann. Der Markt korrigiert, crasht sogar vielleicht und du nutzt einfach die günstigen Kaufkurse, um noch mehr Geld reinzustecken. So wie es jetzt mit den Kosten gekommen ist, muss ich umschiften. Wir haben ganz andere Kosten, auch mit dem Sohn, was auch nicht so kalkulierbar ist, so dick im Voraus. Man kann sich natürlich schöne Videos anschauen, wie viel kostet ein Kind bis zum 18. Lebensjahr. Aber die Realität zeigt dir einfach, dass es unterschiedlich aufgeteilt wird und am Anfang natürlich immense Kosten anstehen. Und so ist es, wie es ist. Ich hätte gerne die Sparrate deutlich erhöht und so bleiben wir einfach bei unserer aktuellen Sparrate mit 800 Euro im Monat. Was, glaube ich, für viele Menschen immer noch viel, viel Geld ist. Aber ich hätte gerne das Doppelte eingezahlt, in den Situationen zumindest, wo der Markt ordentlich crasht und korrigiert. Corona habe ich es noch geschafft. Als der Markt ordentlich nach unten ging, da habe ich einfach mal 12.000 Euro freigemacht von unserem liquiden Geld und habe das im Aktienmarkt schrittweise investiert. So einen ähnlichen Plan hatte ich jetzt auch gehabt. Doch es kam jetzt, wie du weißt, ganz anders. Und so ist es tatsächlich einfach auch wirklich, auf die Situation zu reagieren. Ich habe einen fixen Plan mit meinem Sparrat und in was ich investieren möchte, in diesem Fall in den Nasdaq 100 ETF und das über mehr als 15 Jahre. Doch was dazwischen passiert, das kann sich immer wieder mal ändern. Es werden immer Situationen kommen im Leben, wo du sagst, ach, scheiß auf den Plan, ich werfe das Ganze über den Haufen und es lohnt sich eh nicht. Und da ist es immens wichtig, dass du dran bleibst und nicht aufgibst, innehältst und dir sagst, warum machst du das überhaupt? Und gerade in Sachen Finanzen und Investments möchte ich dir einfach zeigen, wie wichtig es ist, einfach wirklich stetig weiter zu investieren, egal was passiert. Natürlich kannst du darauf reagieren und deine Sparpläne anpassen und auf deine Lebenssituation, je nachdem, was dich erwarten wird. Aber gib nicht auf und bleib dran. Wie willst du es schaffen, dass dein Geld irgendwann für dich arbeitet und ich sag mal in Form von Zinseszins entfalten, wenn du jetzt schon am Anfang nicht genügend investierst? Und das heißt, wirklich hinten raus wird es richtig Spaß machen, wenn du vornherein ordentlich Geld reingepackt hast und das Geld dann ja zu einem riesigen Schneeball geworden ist, der einfach von alleine rollt. Und gerade das Schwierige ist erstmal zu rollen, zu rollen, diesen kleinen Ball zum großen zu machen und dann den Abhang runterrollen zu lassen. Und deswegen, gib nicht auf, ich hoffe, du begleitest mich auf dem Weg und findest auch für dich einfach heraus, wohin das Ganze noch gehen wird. Denn es ist so wie im Leben, es kommen immer wieder Überraschungen, Pandemien, Kriege und darauf reagieren auch die Börsen negativ und zwischendurch geht es mal ordentlich nach unten. Aber wenn du weißt, dass es aus so einer negativen Spirale auch wieder nach oben gehen kann und der Markt dann irgendwann über seinen Höchstpunkt hinausgeht, seinen letzten Höchstpunkt drüber hinausgeht und viel weiter nach oben steigen wird und du dann auch wirklich wieder positive Momente erleben wirst, dann lohnt es sich doch wirklich dran zu bleiben. Ich gehe das, ich zeige dir das einfach vor mit meinem Weg, deswegen mache ich das noch selbst mit wenig Schlaf und irgendwo zwischendurch, wo ich dann nochmal Zeit finde, das Ganze aufzunehmen und zu schneiden, um dir wirklich zu zeigen, es lohnt sich einfach. Und selbst wenn der Plan ursprünglich immer sonntags ein Video zu bringen bei mir war, ist es doch nicht oder ist es kein Grund für mich eine Ausrede zu finden, dass ich kein Video mache und das Ganze skippe, sondern was wäre ich denn für ein Vorbild, wenn ich einfach nicht Konsistenz wäre und wirklich wie mein Sparplan das Ganze durchziehen würde und weitermache. Denn, ja, das ist gerade, glaube ich, das Schwierige, das zur Gewohnheit machen zu lassen, so dass es irgendwann ganz einfach wird. Das geht fürs Training, das geht fürs, ja, Abnehmen, indem du einfach gesünder essen möchtest und mit vielen Rauchen aufhören, etc. Also, ich hoffe, du gehst den Weg mit mir, gibst nicht auf und bleibst einfach dran. Und ich hoffe, du teilst das Video mit Leuten, ja, die auch auf dem Anfang, beim Anfang sind, auf dem Weg zur, ja, eigenen finanziellen Unabhängigkeit und ich hoffe, wir können damit noch viele andere Menschen erreichen und ihnen helfen. Das ist der Weg. Ich hoffe, du gehst ihn mit mir. Also, ich wünsche dir viel Gesundheit. Bleib dran. Alles Gute. Dein Kai. Dein Kai.